Genau wie diese Brücke, die beide Aaren hoch verbindet, denke ich in meiner Politik, Umwelt und Wirtschaft zusammen. Mein Name ist Celine Berner und ich wohne hier in Olten. In meinem beruflichen Leben bin ich Kulturvermittlerin und Co-Leiterin einer Kunst- und Gestaltungsschule. Ich kandidiere, um Gesetz im Kanton Solothurn im Interesse von Umwelt, Wirtschaft und Gemeinschaft zu gestalten. Auf unserem Arbeitsweg sind wir täglich konfrontiert mit verstopften Strassen und überfüllten Zügen. Das ist belastend für uns als Individuen, aber auch für unsere Familien, unsere Umwelt und unsere Staatsfinanzen. Aus diesem Grund fordere ich eine flexible Arbeitswelt. Diese erreichen wir mit Teilzeitarbeit, gleitenden Arbeitszeiten, Telearbeit und einer Digitalisierung. Unternehmen, die das ermöglichen, sollen für die Umstellung finanzielle Anreize erfahren. Das Beispiel zeigt, dass Gemeinschaft, Umwelt und Wirtschaft interagieren. Wir Grünliberalen finden pragmatische und kreative Lösungen. Wir sind der saubige Motor für eine dynamische Politik im Kanton Solothurn. Darum nehmt mich zweimal auf eure Liste für den Solothurnen Kantonsrat. Herzlichen Dank für eure Stimme! Vielen Dank! Herzlichen Dank! Herzlichen Dank! Herzlichen Dank!